Welch, was essen sie heute? Hallo und herzlich willkommen bei neuer Folge von Welch. Ja, was essen sie heute? Und zwar heute bin ich auf dem Maquinado. Es gibt was besonderes heute zu essen. Guck mal, hier ist ein schönes Steak. Zum Beispiel, wenn man so einen schönen Steak hier machen will oder so ein Filet halt. Hier meistens wie die Puttenschnitzen. Einfach ein bisschen klopfen, Paniermehl, Eier und so weiter. Es ist sehr, sehr, sehr lecker. Ansonsten könntest du ihn zum Beispiel so. Aber heute, wir sind hier nicht hier, wir essen heute was besonderes. Wir gehen nämlich in ein Zelt. Benaysa, du kennst dich aus mit Zelt, weißt du was ich meine? Zelt. Wir kommen vom Zelt, wir gehen zum Zelt, aber heute kochen wir auch Zelt. Wir sehen uns immer. Und heute haben wir ein Gast, welchen wir auch. Vielen Dank. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Wir sehen uns, wir sehen uns hier. Was ist das denn? Was war die Leute? Oder die Leute? Woher sind wir eine���ocke? Wenn man zu straightenen, in der Hand gehen, gehen wir zu Hause, dann werden sie zu Hause ein paar, Ich habe einen Schraub, einen Schraub, einen Schraub, einen Schraub. In dem ich zu spüren, also die Hüachtsbüller und rief meine Beobacht der schw,-büllerin oder Beobacht von nur am Beobachtigen. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr euch geplant aun? Das bedeutet, dass ich heute mit deinem attraction, und es werden mit unseren Ich werde mir das und die Verfassung auch geplant. Und ich will es wieder im Geboten über den Blüten für deinen Wülle, also wenn ich an mir die Beobachtung einen Geboten verbrief. Eine Ausnahme der Stadt Sleman ist fertig. Also Onkel Moha, der ladet euch alle ein, was hier in Maukow vorbeikommt, könnt ihr gerne hier einkaufen, besuchen und hier essen. Es ist, Maschallah, alles frisch, alles lecker. Marhaba, die nächste, wir starten jetzt. Es geht loo. Vater, mein Lehrer. Und jetzt wir sehen uns in Schallah, auf die Tür. Die Daten nicht mehr, meine Lieber, da min überall. Das ist der beste. Das ist ja, Herr Böhm. Ah, ich folgt euch. Ja, bitte. Ich bin dachte, ihr Belich ist nicht so richtig, das ist es eine Kochen wir machen. Dergt dich, du? Dergt dich, du? Dergt dich? Dergt dich. Dergt dich, das ist ein Angelika. Dann ist doch klar. Dergerst du? Dergerst du? Dergerst du? Dergerst du? Dergerst du? Dergerst du? Ich lege, du denkst. Ich nehme die Knochen, ich meine Ruhe. Ich nehme meine Ruhe. Ich nehme dich, die. Was ist das? Das ist das Problem. Wie ist das? Das ist das Problem. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Auf jeden Fall, man merkt schon, die Tür ist vor. Wir sind hier. Wir haben die Hüsse. Wir haben die Hüsse. Wir haben die Hüsse. Das ist die Hüsse. Die Hüsse. Das ist die Hüsse. Der Englisch ist die Hüsse. consolidiert das Deinamac. Der Form ist die Hüsse. Das ist die Hüsse. Die Hüsse. Das ist die Hüsse. Die Hüsse von der Hüsse. Das ist die Hüsse. Meine hooste. Meine meine ich habe die Hüsse. Das hier ist der Herr Kampus. Das war aber es ist klar. Ich gucke mir was wir essen und grill meistens am besten ich liebe es, wenn es was gekreilt ist. Deswegen ist es ein leckerer Fleisch. Was ist das? Ich bin die Prima, heute ist es ein Kaisersår. Ich bin die Normal-Kart-Kart-Kart-Kart-Kart, heute ist es ein Kaisersår. Aber ich möchte es nicht zum Schmelzen! Und wie ihr hier seht, Maschallah, was wäre ohne diesen Spieß, wenn man auf dem Markt isst, das riecht herrlich, aber ich will mir natürlich meine Spieße selber machen, das wir selber machen natürlich, denn schmeckt es umso besser. So, diese Videos, wir drehen kurz vor Ramadan, also ein paar Tage vor Ramadan, ich sehe das hier im Grunde, warum wir in Licht, wir essen, also ungefähr noch drei, ich glaube fünf Tage noch, deswegen wir drehen diese Videos hier in Nadoa, beziehungsweise in Azran, genau, so, okay, ich habe ein bisschen mehr gemacht, normalerweise so ist das, ja, aber dafür kriegt ihr bestimmt so, acht, neun, zehn, elf. Bis zum nächsten Mal. Zare priority Terminat vine Peter Zare 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 Ein schwerer Misch. Ein schwerer Misch. Können Sie sich irgendwie becuskeln? Ja, woher ihr? Sekig, hab ich es. Wer ist das? K Islamicon drei Seiten. Er hat uns auch die Hände ein bisschen mehr Sitzungen. Er hat uns den Tusch und die Abend wieder wieder ein paar Sitzungen. Wie lange steht das? Jaren, es ist für кому? Ja, es weiß nicht. Jaren, es war zu haben. Oh ja, klar. Er hat uns zwei Mischungen darauf reactionieren. Ja. Jaren, das war jetzt nicht mehr. Was wir mit der Mischung? Hör das war jetzt. Sie haben sich nicht mehr. So Leute, also ich muss ehrlich sagen, ich kann gar nicht mehr reden, beziehungsweise Ich habe voll Hunger, es schmeckt einfach lecker, vor allem die Publikum hier zu setzen, MashaAllah Ich hoffe, es hat euch dieses Video gefallen, bitte unterstützt uns, ein bisschen liken, ein bisschen weiter teilen, schreiben, kommentieren, wie es war und bis morgen Inshallah, Salam Eben Eysa Mensch, was essen sie heute?